Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute beim Peter von Leimis Werkstatt. Hallo Peter. Grüß dich Patrick. Danke für die Einladung übrigens, wenn ihr vorbeikommen habt dürfen. Ich habe auch eine super Verpflegung bekommen, darum soll es aber heute nicht gehen. Wir schauen uns heute an das Thema Stichsägen. Und zwar haben wir schon einen Stichsägenvergleich gemacht. Das findet ihr beim Kanal von Peter. Verlinke ich euch da oben im Eck. Könnt ihr es euch gerne anschauen. Schaut es auch beim Kanal von Peter mal vorbei. Es gibt auf jeden Fall einige interessante Videos zu sehen. Wir wollen heute auf Fragen von euch und auch von Peter, seine Zuschauer, eingehen. Und wir haben uns dazu einiges aufgeschrieben und das werden wir Punkt für Punkt durcharbeiten. Ich werde heute eher den Dulli spielen, sag ich jetzt mal, den Leim. Der Peter ist derjenige vom Fach, obwohl er sagt jetzt nicht so, aber der Peter hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel in der Holzbearbeitung. Und ich würde sagen, wir starten gleich los. Sehr schön, ja. Und zwar fangen wir mit den Fragen von Peter, seinen Zuschauern an. Wir blenden euch die unten natürlich auch immer ein. Und zwar fragt der Holztübel, Stichsäge, bin gespannt, machen die nicht alle das gleiche, unsauber und grob sägen? Was sagst du dazu? Nein, also ich finde es nicht. Es kommt immer darauf an, ob man welche Stichsäge im Blatt man nimmt. Es gibt sicher auch Unterschiede in der Holz, 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 Stichsägenblätter. Also für die verschiedenen Holzarten? Ja, wird sicher feinere auch geben. Und auch welche Stichsäge man verwendet. Mit Pentelhub, ohne Pentelhub, stellt man den Pentelhub nicht so fein ein, also nicht auf Stufe 3, da ist der volle Pentelhub da, oder auf Stufe 0, da hat man keinen Pentelhub. Das sind die Unterschiede nachher, wo man nachher sagt, grober Schnitt oder feinerer Schnitt. Oder Schnittbild ist, glaube ich, besser ausgedruckt, das Schnittbild. Wir haben es auf jeden Fall schon gesehen, würde ich sagen, glaube ich, mit dem Schnittbild. Wie gesagt, Video ist oben in der Ecke verlinkt. Sehr interessant auf jeden Fall zum Anschauen. Er hat auch weiter geschrieben, mach mal einen Test, welche Oberfläche wird besser, die von der Band- oder die der Stichsäge? Ich persönlich habe keine Bandsäge, der Peter hat aber eine Bandsäge. Wir haben auch ein Beispiel da, wo man das ganz gut sieht. Ich würde sagen, wir zeigen das auch kurz her und blenden euch das da ein. Da sieht man den Unterschied zwischen Bandsäge, da herunten, und der Stichsäge. Die Stichsäge, durch den Stich, durch die Abwärtsbewegung, kriegt das auch ein anderes Schnittbild zusammen, als wie bei der Bandsäge. Die Bandsäge fährt immer in eine Richtung, und die Stichsäge macht eine Auf- und Abwärtsbewegung. Das Schnittbild ist da, das ist jetzt der Escheholz, etwas gröber, und die einzelnen Jahresringe, also die weicheren Jahresringe, sind ein bisschen ausgerissen. Das hat man bei der Bandsäge nicht der Fall. Gut, das ist jetzt Längsholz, als wie hier über Hirnholz. Was bei der Bandsäge noch dazu kommt, das sind diese feinen, wie soll ich das jetzt sagen, diese feinen Rillen. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Man sieht es, man sieht es. Ja, das ist eben halt, die Bandsäge, wie soll ich das jetzt sagen, ich bin so ein richtiger Experte, bin ich jetzt auch keiner, aber sie flattert ein wenig. Also, sie verläuft nicht ganz gerade, hundertprozentig gerade. Und dadurch kriegt man diese Rillen rein. Es hängt auch davon ab, welches Holzart man da schneidet, ob man Weichholz schneidet oder Hartholz, so wie da jetzt die Buche. Macht das da dann auch einen Unterschied, ob ich jetzt quer oder da längst zur Faser schneide? Macht sicher einen Unterschied, also auch auf alle Fälle. Okay. Macht genau so einen Unterschied, ob das jetzt dann grob geschnitten ist, das muss jeder, glaube ich, selber entscheiden. Man muss sowieso nachher, auch bei der Stichsäge, die Kante nachbehalten und bei der Bandsäge genauso. Also das ist Schleifen. Es kupft wie Katsch. Ja, man muss es. Man muss sowieso langschleifen, ja. Ja, das muss man sowieso. Vor allem, wenn wir es dann ölen oder lackieren oder was auch immer. Ja, genau. Ja, der Holztüber hat auch noch gefragt, welche Stichsäge bevorzugst du, das füge ich jetzt einfach mal ein, es geht um die Stichsäge, die Griffversion oder die mit dem Gnauf? Also ich persönlich kann sagen, nach dem Testvideo, den Vergleich zwischen den beiden Stichsägen, für euch zur Info, die grüne Stichsäge von Bosch ist von mir, die habe ich mitgenommen. Und die Makita da ist von Peter. Ja. Wir haben auch, wir nennen die eben genauso eben die mit Griff und die mit Gnauf. Ich persönlich muss sagen, jetzt nach den Schnitttests, die wir gemacht haben, muss ich eindeutig sagen, ich würde mir die nicht mehr kaufen. Ich würde eher zu so einer Gnauf-Variante tendieren. Was sagst du, Peter? Ja. Definitiv. 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 Sie ist, sie hat mehr Vorteile. Richtig. Ganz einfach. Sie liegt einfach viel besser in der Hand. Ja. Und eigentlich finde ich es sogar sicherer, vor allem wenn ich eben schneide und kann das schneller ausschalten. Natürlich kann ich hier am Griff jetzt auch. Natürlich kann ich hier am Griff jetzt auch. Wenn ich loslasse, ist es auch, aber wenn ich jetzt hier mit so einem Schnitt von unten fahre und mir das einraste, tue ich mir schwer, wenn ich da jetzt den Ausfluss nehmen möchte. Wenn ich so tun möchte, dann hätte ich auch so eine. Schwer mir noch ausschalten, wenn dann irgendwas ist. Ja. Also muss ich gar dazu sagen, für mich geht bei derer weit leichter, weil man ja, also ich bin jetzt zwar jetzt Rechtshänder, ich auch, ja. Ja, und wenn man da jetzt einschaltet, dann hat man im Daumen praktisch immer einen Ein- und Ausschalter. Ein- und Ausschalter. Ein- und Ausschalter. Also das ist auch der Vorteil, wenn man von unten schneidet. Dann hat er auch gefragt, wozu ist die Drehzahlregulierung und ist das nicht immer bei Holz auf Maximum? Ähm, jein. Also wenn ich wirklich ganz, ganz exakt schneiden muss, dann schaue ich schon, dass ich vielleicht ein bisschen runter reguliere. Beziehungsweise auch bei Dekorspanplatten oder sowas, das muss aber wirklich ganz exakt zum Schneiden sein. Dann reguliere ich vielleicht ein bisschen runter. Aber natürlich, weil... Man muss dazu sagen, bei meiner geht das gar nicht, ja. Die ist einfach entweder ganz oder gar nicht. Bauer oder nicht. Richtig. Ein bisschen teurer in Säge, ja, geht das dann natürlich. Ja. Die hat hier in dem Fall hinten oben ein Stellrad zum regulieren der Drehzahl. Wenn du jetzt Metall, weil steht da zwar jetzt nicht drin, aber Metall, würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich mit weniger Drehzahl. Genau, genau. Ähm, genau so wie es bei der Tischbarmaschine oder sonst wo. Ja, genau. Ich habe zwar noch nie mit Metall geschnitten, mit meiner Stichsäge, also ich verwende eigentlich auch nur, so gerade einmal, irgendein Holz zum Ablängern oder, ja, zum Ablängern oder für Blenden zum Anpassen. Der Josef G.P. schreibt, hallo Peter, vielleicht kannst du Tipps geben, wie man mit der Stichsäge so halbwegs im rechten Winkel schneiden kann. Weil bei dickerem Material verzieht es das Sägeblatt. Schwieriges Thema. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Viele beschäftigt. Ja. Es kommt immer darauf an, welches Material das man hat, Hartholz, Weichholz. Welche Stichsäge man hat, mit Pendelhub, ohne Pendelhub. Wie soll ich Ihnen sagen? Tipps. Man muss es um ein Tum probieren. Das haut noch länger, ich ziehe mich aus. Das Thema ist ein bisschen. Es ist da jetzt schwierig, so Tipps abzugeben. Ähm. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe ja Führungsschiene gebaut, ähm, für die Stichsäge, im Speziellen jetzt eher für Weichholz wie USB-Platten. Ja. Weil ich es auf der Tischkreissäge auf die Länge nicht zuschneiden kann. Vor allem alles über 70 Zentimeter. Ähm. Und ich habe mir, ich habe mir eine Führungsschiene gebaut. Wem das interessiert, verlinke ich euch auch da rechts oben in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, dass, wenn ich jetzt eine Führungsschiene habe, ähm, und, ich meine, bei der Führungsschiene ging es ein bisschen leichter, aber viele spannen sich ja einfach nur ein Brett hin und wollen dann gerade schneiden. Und wenn die Säge jetzt ein bisschen abwandert, ja, weil ich nicht aufpasse, dass es dort bleibt oder sowas, und dann versuche, die Stichsäge rüberzudrücken, dass ich dadurch eigentlich auch das Stichsägeblatt schon verbiege. Ja. Ja, das heißt, das verlauft ja dann immer mehr. Ja, man soll eben halt vermeiden, dass Stichsägeblatt irgendwie, dass das sich verbiegt. Und, was mir teilweise auffällt, wenn ich selber daran arbeite, äh, man soll die Stichsäge arbeiten lassen und nicht, dass du arbeitest. Die Stichsäge soll die Arbeit machen. Ich merke das ab und zu auch, nämlich, wenn ich jetzt schneide und ich druck an wie ein Drottl, entschuldige jetzt den Ausdruck, äh, dann haut das nicht ganz hin, dann verlacht man das, etc. Wenn ich jetzt aber die Stichsäge hinstelle und nur leicht andrucke und die Stichsäge arbeiten lasse, dass sie schneit, dann bleibt der Schnitt gerad. Das heißt, man kann auch sagen, wenn ich zu viel Vordruck leisten muss, sollte ich vielleicht schauen, ob ich nicht das Stichsägeblatt tauschen muss, weil es stumpf ist. Weil es stumpf ist, genau. Klingt, glaube ich, logisch. Ja. Beziehungsweise auch vielleicht mit einem anderen Pendel, Pendelhub-Einstellung mal probieren, dass man, also wenn man so eine Stichsäge hat natürlich, äh, dass man mal vielleicht auch Stufen runter geht oder zwei Stufen runter geht. Und das muss man ausprobieren. Und das ist auch ein Unterschied, ob man jetzt in Längsholz schneidet oder in Quer, also quer zu passen. Die Dicke vom Material wird es natürlich auch ausmachen. Wird es auch ausmachen. Vor allem was für Holzab. Ja. Ich glaube, man kann aber trotzdem pauschal sagen, dass für super schöne, feine Schnitte, glaube ich, äh, ähm, mit der Stichsäge so einen Schnitt zu machen, nicht unbedingt die beste Lösung ist. Ist nicht die beste Lösung. Ist nicht die beste Lösung. Man sollte vielleicht doch eher auf das wirklich geeignete Werkzeug, äh, zugreifen. Ja, es funk. THEIR Tischkreissäge oder eine Dachsäge oder eine Adgrassäge? Irgendwas in der Richtung. Wenn es möglich ist. Es, es, bau kennender ist perfekt. Also, er habe aus meinen früheren Jahren, also der hat umgeschnitten und das hat perfekt gepasst. Mhm. Das ist Übungssache. Learning for doing auch ein bisschen, ne? Ja. Erfahrung sammeln. Pro hinein. Kommen wir zu einem etwas längeren Kommentar, und zwar von Hermann Kahlfuß, der recht fleißig kommentiert hat, was du gesagt hast, Kernholzgeflüster, interessante Aussichten von deinem Kanal auf Thema Stichsägen, Stichsägenblattaufnahmen vergleichen, welche Aufnahme für welches Gerät und Bezeichnung der Aufnahmen im Handel. Wir haben zwar geschaut, auch wegen dem anderen Video mit dem Vergleichen, was für Stichsägeblattaufnahmen gibt es, und es gibt doch mehr als wir eigentlich geglaubt haben. Wir blenden euch da ja auf ein Foto ein, ich glaube es waren jetzt vier, fünf Varianten oder sowas. Ich glaube den klassischen, den auch die beiden Sägen haben, ist die klassische T-Aufnahme, die man glaube ich so auch im Handel ganz normal bekommt. Ich hätte jetzt noch nichts anderes gesehen, obwohl wir doch eigentlich, glaube ich, eine andere haben wir doch auch gesehen gehabt, mit diesem U, also so eine Ausbuchtung. Richtig, ich hätte aber noch keine Stichsäge ehrlich gesagt gesehen, die so eine Aufnahme hat. Und dennoch gibt es die, vielleicht wisst ihr ja auch ein bisschen mehr Bescheid, was diese Aufnahmen betrifft und wo es vielleicht sogar eingesetzt werden. Vielleicht gibt es da ja auch, ich weiß nicht, ob es da irgendwo in der Richtung Standgeräte gibt für Stichsäge zum Beispiel, oder so. Also so eine Stichsäge gibt es nicht. Stichsäge ist eine Maschine, die man mitnimmt. Also Hosentaschen, jetzt... Nein, ich meine so eine Maschine, wo man diese Blätter noch einspannen könnte. Achso, nein, da sehe ich dir jetzt nichts. Das heißt, es muss irgendwo da draußen Maschinen geben, die diese Aufnahme haben. Wenn ihr es wisst, schreibt es das unten für die anderen natürlich bitte in die Kommentare. Dann hat er auch gefragt, welche Geschwindigkeit der Säge bei welchem Material. Haben wir, glaube ich, vorher schon erklärt. Brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen. Pendelhub, Vorteile und Nachteile. Starker Pendelhub eingestellt, mehr Ausrisse. Weniger eingestellt, weniger Ausrisse. Das ist der Vorteil und der Nachteil. Ich glaube, was wir aber auch gesehen haben, mit Pendelhub komme ich natürlich schneller voran. Also wenn ich etwas schneller schneiden möchte, nur so grob, am Posten oder sowas sage ich jetzt einmal. Dann ist man mit dem vielleicht ein bisschen besser unterwegs. Ja, also da stellt man den Pendelhub natürlich auf volle Power ein. Also ich habe da jetzt bei meiner Maschine drei Stufen, beziehungsweise vier Stufen. Also Stufe 0, 1, 2 und 3. Ich stelle die auf Stufe 3 ein. Dann schneide ich um und die Sache ist erledigt. Ich glaube, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht zum Vor- und Nachteile-Pindelhub. Also mir würde per se jetzt nichts einfallen. Natürlich, die Maschine arbeitet eigentlich in dem Fall mehr für dich und man muss weniger andrücken. Und natürlich, der Geschnitt ist auch gerader, sage ich jetzt einmal, wenn du nicht wieder so voll dagegen schiebst. Ja. Der Nachteil ist vielleicht, die Säge rupft da mehr. Mit Pendelhub? Mit Pendelhub. Mhm. Also du hast ja keinen Pendelhub bei reiner, aber wenn ich meinen Pendelhub auf Stufe 3 einstelle und ich schneide irgendwo um mich, dann rupft die Säge natürlich etwas mehr auf und ab. Also die Vibrationen sind größer. Das muss man berücksichtigen, da muss man halt gegendrucken, dann funktioniert das wieder. Dann hat er auch gefragt, den Sägeblattwechsel bei verschiedenen Geräten. Ich würde sagen, das zeigen wir da gleich einmal per Nahaufnahme. Bei der, bei der grünen Bosch, muss man dort einen Stift zurückziehen. Oder den, 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 weiß nicht, wie man stift, ich sage jetzt stift. Die Arretierung, ja. Ja, Arretierung. Jetzt muss ich schauen. So. Jetzt zieht man zurück, legt das Sägeblatt ein. Und man schaut, dass da die T-Nut-Dings verschwindet und dann lässt man aus, dann ist das arretiert. Bei der Makita ist das ein bisschen einfacher. Man druckt den Hebel um, zieht das Sägeblatt raus, nimmt ein Neugsägeblatt, tut das wieder rein und lässt ihn aus und das ist arretiert. Ich würde ganz klar sagen, dass das da eindeutig einfacher ist. Es ist einfacher, ja. Man braucht nämlich nur so den Hebel oben. Das ist schon sehr, sehr komplex oder sehr kompliziert. Ja. Beziehungsweise sehr mühsam. Ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, dann geht es oft nicht zurück, ja. Also es tut eigentlich schon fast weh, ein bisschen auf den Fingern an. Das soll es natürlich nicht sein. Was auch noch ist, bei meiner ist es wurscht, ob das in welcher Position ist. Es geht in jeder Position. Mhm. Ja, das ist auch so, meistens rutscht das Sägeblatt dann komplett bis nach unten, beziehungsweise der, der, na, der hub da da. Ja. Und erst dann kann man es zurückschieben und dann hat man schon sehr, sehr wenig Platz, dass man da überhaupt zurückschieben kann. Ja. Was noch früher war, noch die, die Sägeblatt mit einer Schraube, Imbusschraube, die älteren Maschinen, ja. Und wenn man vergessen hat, ein bisschen anzuziehen, dann ist die Sägeblatt auch abgehauen. Haben wir das gesehen heute. Ja, aber da war kein Imbusschraub. Ja, genau. Aber es geht auch ohne Imbusschraube. Das Eintauchen mit der Stichsäge in Material ohne Vorbohren. Seitdem, das wir beide eigentlich noch nie gemacht haben, du kennst das? Nein. Ich kenne es gar nicht. Also, ich kenne es, wie es funktioniert, aber ich habe es selber noch nie gemacht. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch das trotzdem kurz. Wir werden da zwar jetzt nicht in die Werkbank bohren, ah, beziehungsweise bohren, ähm, kann man da überhaupt noch sagen sägen? Ja, schon. Sägen. Wir werden nicht reinsägen, aber wir zeigen euch zumindest kurz, wie man die Maschine bei sowas anlegt. Im Prinzip funktioniert das so, man hat da also den Strich und man taucht so ein. Also, man kippt die Maschine nach hinten und taucht dann so ein. Ich persönlich habe das noch nie gemacht, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Wir werden es vielleicht am Ende des Videos trotzdem mal ausprobieren und euch zeigen. Falls euch das interessiert, bleibt es also bis zum Ende dann. So, jetzt fahre ich mich auf die Stichsägen-News aus Österreich und ob ich noch was lernen kann von euch Profis. Ja, ob ihr jetzt... Also, ich bin es nicht. Profi, ich bin ein Heimwerker. Vielleicht kennt sich vielleicht ein bisschen mehr aus. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und ja, auch in meinem Alter lernt man doch immer dazu. Ich werde meinen Lernprozess höchstens mit meinem Ablegen kurz unterbrechen, um dann in einer neuen Welt weiterzulernen. Grüße aus der Psychiatrischen Anstalt. Groß Rotweil. Interessanter Kommentar. Der Herrmann kommentiert. Gibt sich viel Mühe beim Schreiben. Ja, sehr viel Mühe. Da haben wir noch eine Frage vom Colorwood. Der wohnt gar nicht so weit weg von mir. In der Wirtschaft ist es eigentlich nicht. Hallo Peter, auf das Stichsägen-Projekt bin ich schon sehr gespannt. Man sieht da Leute, die schneiden 5 cm Hartholz mit der Stichsäge ohne Probleme und ich gewähle mich damit ab, weil ich wahrscheinlich immer ein oder selbes Stichsäge-Plattformen verwende. Das stimmt. Wir wissen, für gewisse Materialien sollte man ein Stichsäge-Platt nehmen. Macht man Kurvenschnitte mit der Stichsäge, feine Kurvenschnitte nimmt man ein schmelleres Stichsäge-Platt. Schneidet man nur gerade um, nimmt man ein breiteres Stichsäge-Platt. Es gibt dann, glaube ich, auch noch Differenzen bei der Säge, nein, nicht Säge, Zähne-Anzahl pro Inch oder wie das Zeug heißt. Also ein feineres Säge-Platt. Da muss man sich aber bitte erkundigen im Baumarkt, beim Handel, Einzelhandel etc. Oh, wenn man ja eure Säge-Platter bezieht. Ja. Also generell, mein 5 cm Hartholz ist natürlich schon... Das ist kein Problem. Richtig, ja. Also trotzdem ein stärkeres, aber es sollte immer noch möglich sein. Wir haben es auch trotzdem gezeigt im anderen Video. Ich verweise nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich es so oft sage. Das letzte Mal, dass ich es jetzt sage, vielleicht am Ende des Videos noch. Da oben im Eck habt ihr das Video. Wir haben nämlich auch mit einem Kunststoff-Säge-Platt, also Säge-Platt für Kunststoff oder Plexiglas und Metall in Holz, sowohl weich als auch hart. Die Ergebnisse könnt ihr euch selber anschauen. Nächster Kommentar, der Heri Eitler schreibt auf die Stichsägen-Videoreihe. Was für ein Wort, bin ich arschot gespannt. Bin ja jetzt kein Freund der Stichsäge. Wahrscheinlich, weil ihr dafür jetzt boitert, bin. Aber ich schaue zu und lerne von euch. Ich glaube, also ich bin jetzt auch kein, also ich bin nicht zu sagen Fan von einer Stichsäge, aber ich glaube, manche haben einfach nicht das Geld, dass sie sich Tauchsägen, Tischkreissägen und sowas alles zugleich leisten können. Ja. Und ich glaube, an so eine Stichsäge kommt man doch schneller mal ran. Genau. Als eine Tachsäge, die gleich ein paar hundert Euro kostet. Genau. Meine Meinung ist, eine Stichsäge ist schon sehr wertvolles Werkzeug auch in der Werkstatt. Jede Maschine hat seinen Verwendungszweck. Genau. Und was man, ich glaube, es ist keine Botschaft. Man muss da nämlich irgendwo einen Respekt haben vor der Maschine. Angst darf man sowieso keine haben. Das ist jetzt wurscht, welche Maschine. Ja, richtig. Ob ich jetzt eine Formatkreissäge bediene mit einem 400-Platz-Sägedurchmesser oder DKS von Bosch, oder wie sie heißen. Man muss einen Respekt haben und ich auch keine Angst. Und das ist, glaube ich, auch bei der Stichsäge so. Wenn ich eine Stichsäge in die Hand nehme, dann weiß ich auch, es sind da schon hohe Zehen drauf und damit kann ich mir wehtun. Richtig, ja. Ja, das ist so. Auch aufpassen, wo ich meine Finger habe. Genau. Wie bei jedem anderen Sägeblatt auch. Genau. Dann haben wir auch noch Fragen meiner Zuschauer. Zwar habe ich da auch, ich habe eine Videoreihe gemacht, wie gesagt, zu der Führungsschiene. Und da gab es auch einen, der hat die nachgebaut und hat natürlich seine Probleme gehabt. Der Eisenbahnmittelfranken Schwaben schreibt, trotz dieser Vorrichtung wird mein Schnitt nicht gerade. Die Fußplatte sitzt gut und ohne Spiel in der Führungsschiene. Aber das Sägeblatt wandert beim Sägen immer weiter nach links, bis es irgendwann so schief ist, dass es sich verkantet. Das Blatt ist gut justiert, die Führungsrolle rollt gut und stabil und auch das Hubgestänger hat kein Spiel. Das Sägeblatt ist nicht verbogen. Pendelhub ist ausgeschaltet, hat eben eine Idee, woran es liegen könnte. Das ist eine Frage, die auf jeden Fall öfters auftaucht. Ich glaube bei jedem, der mir dann als Stichsäge schon gearbeitet hat oder anfängt, auch ich eigentlich. Es passiert mir ja genauso. Das streite ich nicht ab, wenn ich jetzt da einmal im Massivholz längs der Maser umschneide, dass man einmal Sägeblatt verlauft. Das ist so. Weil, wenn man sich da anschaut, ist Holz hat ja weiche Jahresringe und harte Jahresringe. Und das Stichsäge, also das Sägeblatt zuckt sich immer eigentlich den weicheren Teil, als wie den harten Teil. Und dadurch kann es passieren, dass es verlauft. Wenn man jetzt Massivholz schneidet, vor allem, also Massivholz schneidet, man stellt sich den Pendelhub ein. Und man sollte ihm halt die Stichsäge arbeiten lassen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das fällt mir immer auf, wenn ich mit der Stichsäge arbeite, wenn ich, wie vorher auch erwähnt, wenn ich andrucke wie ein Blöder, geht nichts weiter und das verlauft man und wo sei immer. Und wenn ihr jetzt da aber die Stichsäge arbeiten lasst, mit einem leichten Druck nach vorne, also so, dass es weiter schiebt, die Stichsäge, dann schneit sie gerade. Natürlich auch wichtig, scharfes Sägeblatt, kein stumpfes Sägeblatt. Und teilweise, wie wir schon gesagt haben, das richtige Sägeblatt für das richtige, also für das jeweilige Material. Ja. Jedenfalls habe ich ihm ja natürlich auch die Frage gestellt, welches Material, welche Materialstärke er bearbeitet. Und als Schirm, die Führungsschiene habe ich mit Schraubzwingen auf einer 18 mm Fichte Leimholzbrett montiert und gesägt wurde, quer zu Faser. Da muss ich mich vielleicht auch ein bisschen selber an der Nase nehmen. Die Führungsschiene, die ich gebaut habe, war da war der Boden an sich schon mit einer 10 mm Multiplexplatte. Das heißt, ich habe 10 mm Multiplex, ich gehe jetzt davon aus, er hat es auch mit 10 mm Multiplex gebaut und hat dann eine 18 mm Platte, die er schneiden muss. Das Sägeblatt hat ja nur eine gewisse Länge. Genau. Und ich stelle mir jetzt vor natürlich um, das heißt, er arbeitet ja eigentlich dann immer weiter hier unten. Wenn ich jetzt, so wie bei der Führungsschiene habe, man muss jetzt rechnen, man kommt da jetzt 10 mm weg, dann hat man das Material und je weiter, dass man zum Ende des Sägeblattes kommt, desto unstabiler wird es. Ich glaube, man sieht das auch, damit ihr das auch seht, man sieht, dass sich das Sägeblatt natürlich auch dann bewegt, als das, was der Peter meint. Ja. Hat man bei der Vorrichtung ein Spiel drinnen, wo das Sägeblatt läuft oder beziehungsweise die Führungsschiene, also den Tisch? Nein, ich habe es, ich habe es sehr, ähm, passgenau eigentlich an den Fuß von der Säge gemacht, also ich habe wirklich das erste Brett montiert, dann die Säge angelegt und dann das zweite Brett angelegt und wirklich, ähm, festgeschraubt. Ja. Also ich habe kaum Spiel eigentlich in der, in der Führungsschiene. Ja. Ich persönlich, wie gesagt, ich habe auch noch kein Hartholz damit gesägt, muss ich auch dazu sagen, ich nehme es eher nur für Weichholz. Ja. Es ist da schwierig, irgendwelche Auskunft zu geben, das müsste man, glaube ich, sich so richtig zählen. Sich im Fall, vom Fall direkt vor Ort anschauen. Anschauen. Es gibt da so viele Varianten, warum das schief läuft. Trotzdem, was ich mir schon vorstellen kann, ist, ich habe ja trotzdem wieder das Thema, das ich andrücke. Ja. Wenn ich jetzt ohne Pendelhub vielleicht sogar arbeite, kann es schon sein, dass es dadurch dann wieder verläuft. Es kann auch sein, dass vielleicht das Sägeblatt ein bisschen verbogen ist. Es kann sein, dass man, dass das nicht hundertprozentig drinnen ist, obwohl man glaubt, das ist hundertprozentig drinnen. Oder es ist das Sägeblatt vielleicht stumpf. Wäre auch Möglichkeit. Richtig. Ich glaube, das geht ja noch schneller, als man glaubt. Ja, es gibt da so viele Varianten und Möglichkeiten. Er schreibt auch unten übrigens, aber ich glaube, er hat es mit meinem Material gebaut. Für die Schiene habe ich eine Mehrschichtplatte verwendet, das sind so 10 Millimeter. Der Schnitt in der Schiene selbst wurde schön gerade, aber erst als ich die Führungsschiene als Schiene nutzen wollte, wurde es krumm. Ich probiere es morgen mit Pendelhub nochmal aus. Ja. Also das war ein Thema, das sieht man gerade. Da haben natürlich am Anfang einige Informationen gefehlt. Also es war auch das Material, das ich verwendet habe, war jetzt vielleicht nicht optimal. Und er hat den Pendelhub natürlich auch nicht verwendet. Es wäre natürlich dann auch noch die Frage, wie lang war das Sägeblatt. Ja, beziehungsweise auch welche Maschine, weil wenn man jetzt der Hausnummer jetzt nochmal relativ günstiger nimmt, ist der Tisch überhaupt gerade, ist der Tisch im Winkel zum Sägeblatt, weil das spielt alles eine Rolle. Dann hat auch der Herr Zöper J. geschrieben, Hi, danke für die interessante Idee. Meint er, wenn wir beim Thema Stichsäge sind, ich nutze meine grüne PPS glaube ich, vor allem für kleinere Arbeiten und Motive. Was ich interessant finden würde, wie sorgt man, dass der Schnitt nicht nur in der Länge gerade ist, mit der Führungsschiene, aber auch in der Tiefe. Ich habe alles schon versucht, verschiedenste Blätter für verschiedene Holzarten, langsame und schnelle Schnittgeschwindigkeit. Möglich wäre ein Video über dieses Thema, welches Blatt für welches Holz, welche Marke von Blättern ist zu bevorzugen, wie einstellen und so weiter. Auf das erste Thema haben wir schon geklärt, wieso der Schnitt schief verläuft an sich in der Tiefe. Da sind wir schon drauf eingegangen. Verschiedenste Blätter für verschiedene Holzarten, das ist jetzt natürlich auch die Frage, weil die Frage ist natürlich auch, welche Marke von Blättern ist zu bevorzugen. Also ich glaube schon, dass es bei gewissen Werkzeugen Sinn macht. Man hat es auch bei der Stichsäge eigentlich gesehen, ein bisschen mehr Geld auszugeben in etwas Qualitativeres, wie irgendwas günstiges. Ich nehme jetzt von mir ein Beispiel her, ich habe mir recht günstige Bits eigentlich gekauft. Ich habe zwar gescheite Bits auch, die greife ich aber noch nicht an. Von Vera. Schöne Bits, aber die habe ich noch nicht einmal angegriffen. Und gehe her und habe mir vom Prover Workzone Bits gekauft. So ein ganzes Sortiment. Aber das Material, also die sind nicht doppelt gehärtet. Das merkt man sofort die Nudeln ab und kann man eigentlich dann nicht mehr verwenden. Also ich glaube, das macht Sinn, dass man da ein bisschen mehr Geld investiert und sagt, man kauft sich gescheitere Stichsägenblätter, als wenn man jetzt da Hausnummer-Kinderprodukte herholt. Auf das Thema langsame oder schnelle Schnittgeschwindigkeit, das haben wir schon geklärt, da werden wir nicht mehr drauf eingehen, welches Blatt für welches Holz, das haben wir eigentlich unsäglich auch schon erwähnt. Und es wird eigentlich beim Hersteller vom Sägeblatt hervorgegeben, für welches Holz das geeignet ist. Also da schaut es am besten in die Herstellerangaben, würde ich klar empfehlen. Auf alle Fälle. Weil ich glaube nicht, dass man so pauschal sagen kann, das Sägeblatt ist für die Holzart. Das ist gleich wie bei einer Kreissägeblatt. Richtig. Genau. Dann kommen wir noch, ich habe natürlich auch noch Fragen vorbereitet, zu Fragen, die ich habe, die ich mir überlegt habe. Die Dicke des Materials. Glaubst du, dass es eine spezielle Grenze gibt, an Materialstärke, unabhängig jetzt, ob es das Sägeblatt dafür gibt, wo du sagst, das würde ich definitiv nicht mehr mit der Stichsäge schneiden? Ja, gibt es. Also wenn ich jetzt einen Balken habe mit Hausnummer, weiß ich nicht, 20 x 20 cm, das nehmen wir mit der Stichsäge schneiden. Also das war mir schon zu stark. Obwohl es ja eigentliche Stichsägeblätter dafür gibt. Der Peter hat ein paar Stichsägeblätter vorbereitet, wenn ich da jetzt das nochmal herzeige. Das ist das längste Stichsägeblatt, das ich habe. Insgesamt von Spitze zu Spitze mit 25 cm und empfohlene Nutzlänge 18 cm. Also das ist schon ein sehr gewaltiges Stichsägeblatt. Ich selber habe das noch nie gesehen eigentlich und erst eigentlich auch durch das Video für die Stichsäge habe ich mir das gekauft und habe mir gedacht, ja, okay. Also man sieht auch, wenn man das jetzt nur so anhaltet, wie hoch das eigentlich raussteht, das Sägeblatt. Also ob ich jetzt mit dem wirklich noch sicher schneide, vor allem natürlich auch eine Frage, ob ich da nicht doch lieber zu einer Kreissäge oder Kapssäge oder irgendwas greifen würde. Oder zu einer Motorsäge. Genau. Also wenn ich so allein bin, da oben schneide mit 12 cm, 13 cm. Auch wenn... Red ruhig weiter. Nein, passt schon. Auch wenn das Sägeblatt jetzt ein bisschen stärker ist und sich nicht so leicht wiegen lässt, ein bisschen biegt es sich doch und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem dann wirklich, wenn man eh schon so mit den kürzeren Sägeblättern jetzt ein Problem hat, dass der Schnitt verlauft, dass ich mit dem noch einen geraden Schnitt hinbekomme. Man müsste es ausprobieren. Müsst ja man ausprobieren. Aber so einen starken Bolken probiere ich nicht. Wir könnten ein paar Bräder zusammenleiben. Ja, wir könnten da zum Beispiel so durchschneiden. Ja, bestimmt. Könnten wir probieren. Könnten wir probieren. Probieren wir auch am Ende vom Video. Genau. Was ich einmal gelesen habe oder gehört habe ist, es ist wichtig, dass man sich das Werkstück auch fixiert. Also jetzt nicht nur so hinlegt und sägt, wo dann alles verrutscht und vibriert, weil das Sägeblatt dann auch verlaufen könnte dadurch. Und vor allem dein Schnitt selbst, den du schneidest, wird nicht gerade, weil du musst immer gegen, das bewegt sich ein bisschen weg und du musst immer nachjustieren eigentlich. Im Prinzip, also wenn man massiv Holz schneit, wenn man es schön schneiden muss, dann ist es sinnvoll, wenn man das fixiert. Wenn man einfach nur so umschneit, damit man es ablenkt. Wenn einem der Schnitt wurscht ist. Ja, also wenn man jetzt der Massivholz abschneit, also ablenkt, dann lässt man sowieso Übermaß, dann ist es im Prinzip wurscht. Was wichtig ist, man muss die Stichsäge gut halten und auch das zu bearbeiten Werkstücke. Man kann natürlich ohne fixierendes Arbeiten, habe ich schon gemacht, vor allem bei Plattenmaterial, die Quarschbaumplatten oder Massivholzplatten oder es ist einmal eine reine Übungssache, weil die Säge rupft, das ist einmal so und da muss man schon ein bisschen festhalten, damit das funktioniert. Leichter tut man sich natürlich, wenn man das Werkstück fixiert. Sich fixiert natürlich, ja. Das ist ganz klar. Aber Mann ist faul. Mann ist faul. Dann habe ich auch noch die Frage, macht es einen Unterschied, ob man längs oder quer zur Faser sägt? Jo. Und vor allem, weißt du, gibt es Sägeblätter, die man eher für quer zur Faser oder längs zur Faser nimmt? Weiß ich nicht. Weil beim Tischgleichsägeblatt ist es ja so, dass man die Schreckverzahnungen, nennen wir so, nein, Schrecken. Sag ich sie richtig? Korrigier mich. Äh. Okay, ihr wisst aber offensichtlich, was wir meinen. Dass man ja das hier... Die Schränkung. Nein, die Schränkung eigentlich auch nicht, sondern den Schliff. Okay. Na, verschränkte Zähne sind zwar oder? Ja, die Schränkung ist wieder das, die Schränkung ist ganz was anderes eigentlich. Die Schränkung ist das, wenn ein Zahn so rumsteht und der untere Zahn wieder so rumsteht. Bei einer Kreissäge ist das ja anders, da sind die Zähne grot, ja, die laufen mit einer Flucht. Aber der Schliff ist... Aber der Schliff ist... Seinmal so, so. Also sie stehen nicht so auseinander, sondern... Genau, es ist der Schliff, halt dementsprechend. Man sagt ja, wenn du quer zur Faser schneidest, nimmst... ein gröberes. Richtig. Nein, ein feineres eigentlich. Ein feineres. Ein feineres. Und längst nimmst du ein gröberes. Okay. Das heißt, es hängt eigentlich von den Zähnen ab. Ja, es gibt natürlich so Universalblätter, so wie bei der Kreissäge, wird es auch sicher bei der Stichsäge geben, wo du längst und quer schneiden kannst. Also ich persönlich nimm ein Sägeblatt für quer und längs. Bei der Tischkreissäge jetzt in dem Fall? Tischkreissäge und bei der Stichsäge. Ja, auch bei der Stichsäge. Ja. Hätten wir das Thema auch geklärt. Also die Verschränkungen sind jetzt nicht relevant oder quer oder längs zur Faser. Kann man das jetzt so grob sagen? Wird sicher irgendein Hintergrund sein, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte. Aber nicht der Hauptgrund, sagen wir. Nicht der Hauptgrund. Es geht vor allem auch um den Schliff, wie das Sägeblatt geschliffen ist. Mhm. Es gibt ja Unterschiede, also wenn ich da jetzt da anschaue, die Unterschiede, wie ist das Sägeblatt geschliffen? Ob das jetzt da einen Hohlschliff hat, ob das jetzt nach innen geschliffen ist, oder was auch immer. Okay. Es macht da sicher auch noch einen Unterschied, wie der Zahn geschliffen ist. Da sieht man glaube ich, sieht man das im Video? Mhm. Die Schränkung, da nehme ich auch das andere Sägeblatt raus. Man sieht das, und da ist er mehr oder weniger noch innen geschliffen. Also der hat einen ganz anderen Schliff, als wie das Sägezahn, äh, das Sägeblatt. Mhm. Und das macht auch einen Unterschied aus, schätze ich einmal, ob es erstens einmal quer zu fasert, längst zu fasert, und ob er als Sägeblatt verläuft. Also ich hoffe, ihr habt das auch verstanden, auch wenn wir ein bisschen abgeschweift sind, aber ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, schreibt es das unten in die Kommentare, der Peter wird sich die Kommentare sicher auch durchlesen, und da werden wir das ein oder andere noch beantworten. Dann habe ich noch eine Frage an dich, ähm, die auch ein bisschen auf mich abzielt, und zwar ist das Thema Führungsschiene. Findest du eine Führungsschiene an und für sich gut oder schlecht? Wir haben ja vorhin angeschnitten, dass wir gesagt haben, wenn ich jetzt eine Führungsschiene habe, und die Säge immer dagegen drücke, obwohl das Sägeblatt eigentlich weg will, dass ich dann eigentlich noch mehr an den Bogen rein mache, eigentlich. Ich kann da auch nur sagen, die Stichsäge arbeiten lassen. Also es macht teilweise sicher einen Sinn, mit einer Führungsschiene zu arbeiten, teilweise würde ich sagen, also wenn es relativ kurze Strecken sind, schneide ich mit der freien Hand um mich, und wenn es ist, hobele ich einmal um mich und fertig. Ob ich jetzt einen Handhobel nehme, einen Hulzhandhobel nehme, oder eine Handhobelmaschine hernehme, ist dann aber wurscht. Heißt aber auch eigentlich, wenn wir jetzt sagen, okay, muss die Führungsschiene, alles besser, man lasst die Säge arbeiten, ist es eher gescheit, oder wäre es vom Vorteil, wenn ich eine Stichsäge habe, die am Pendelhub hat? Am Pendelhub, ja. Richtig, weil da muss ich weniger arbeiten. Genau, da muss ich weniger Vorschub geben, und weniger drücken. Je mehr, dass ich drücke, und je mehr, dass ich auch zur Schiene zuge drücke, das Sägeblatt kann nicht so rüber. Richtig, es kann nicht so rüber, genau, richtig. Weil es steckt im Holz, logischerweise. Ja. Ich glaube, das müssen wir nicht genau erklären. Dann hätten wir die Fragen soweit durch, Peter. Ich glaube, wir haben alles soweit beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut es unten in die Kommentare. Wir werden es, wie gesagt, sicher beantworten. Und bevor wir aber zum Ende eigentlich kommen, gehen wir noch auf die zwei, beziehungsweise noch zwei Praxisbeispiele, wo wir gesagt haben, okay, das probieren wir aus. Geht das wirklich? Das wäre jetzt einerseits der Schnitt ohne Vorbohren, wenn ich eintauchen möchte. Ja, genau. Und eben mit diesem 25 cm langen Stichsägeblatt. Also wir haben es jetzt, wir haben es probiert, da einzutauchen, bei einer beschichteten Platte, ging es nicht. Da haben wir eigentlich nur ein paar Kratzer reingemacht. Das Sägeblatt biegt sich auch total. Wir haben es da probiert. Wir kommen zwar runter, aber es dauert sehr lang. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Sägeblatt ist. Ich will mal den Querschnitt herzeigen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da sehr Respekt davor. Und eigentlich, Angst will ich jetzt nicht sagen, aber Respekt davor, dass mir da irgendwas um die Ohren fliegt. Vollmatt die Stichsäge. Deswegen breche ich das Experiment ab. Also man muss ja klar dazu sagen, die Angst von Peter ist ja auch berechtigt. Das Sägeblatt fährt ja aus. Und wenn das da dagegen anstößt, stößt er die Säge eigentlich zurück. Also es ist eigentlich kein sicheres Arbeiten aus unserer Sicht, würde ich jetzt sagen. Aus meiner Sicht, ja. Also ich stimme da vollkommen zu. Ich würde es nicht tun. Dann würde ich mir eher irgendeine andere Lösung einfallen lassen. Was ist das für eine Alternative Vorbohren? A. Vorbohren. Oder B. Es gibt ja so die oszillierenden Dinger da. Bosch hat glaube ich eine. Was auch immer. Oder wer auch immer. Da mit einem Schnitt reinmachen. Und dann kann man mit dem Sägeblatt oder Stichsägeblatt nachfahren, wenn es wirklich ist. Aber das Eintauchen mit der Stichsäge, nein. Also ich persönlich, nein. Hätte ich auch zu viel Respekt. Ja. Dann schauen wir uns jetzt an den Schnitt mit einem 25 cm Stichsägeblatt. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Aber es schaut trotzdem auch das schaut eigentlich sehr, sehr wild aus. Muss man schon sagen. Also wir haben es schon drinnen stecken gehabt und einmal aufgetreten. Ob ich sowas am Laufenden verwende, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben eine Breite von knapp 16 cm. Und dann geht es wieder ein bisschen. Und dann kommt das wieder ein bisschen. Und dann kommt das wieder ein bisschen zu flattern. Und dann kommt das das Wasser her. Das ist ja auch schon. Und dann kommt das Wasser her. Und dann kommt das Wasser her. einfach finde ich jetzt natürlich wenn man es jetzt so schneidet also stehen steigt hat man bessere führung als wenn ich jetzt so runter schneiden muss das ist ganz klar es funktioniert aber ich würde nicht empfehlen das lange blatt glaube ich für was dünneres zu verwenden also wenn ich jetzt nur durch 10 mm oder so schneide es gibt natürlich noch historische ja eigentlich nicht historische sondern die vorgänger zur elektrischen stichsäge die manuellen stichsägen es gibt da eine uralte nennt sich auch lochsäge beziehungsweise auch die das ist eine japanische art die order natürlich wenn es mich nicht ganz ganz täuscht auf zug und nicht auf stoß hat dann natürlich einen besseren schnitt aber der nachteil ist man muss ihm halt ein lach bauen ich glaube sogar dass es auf zug ist weil es so dünn ist auch und es geht sehr wohl also zum schneiden klassische handarbeit klassische handarbeit es sind aber nicht meine sägen sondern ich habe mir die ausgebaut von einem kollegen wenn ihr also noch fragen habt dann haut es unten wie immer in die kommentare ihr findet es oben auch in der infobox verlinkt auch in der video überschreibung den kanal von beta wie gesagt schaut vorbei gibt es wirklich einiges interessantes zu sehen auf jeden fall mehr mit holz wie bei mir und was möbel betrifft ansonsten wie gesagt es ist eines meiner letzten videos oder videos wo man mich zumindest sieht im beta beta videos machen ich bin mit dem hausbau beschäftigt das heißt wirklich etwas neues wird es damit ergeben in der neuen werkstatt da werde ich den beta dann auch zu mir anladen danke bitte noch mal für die einladung bitte gerne hat echt spaß gemacht heute der ganze tag hat mich sehr gefreut die verpflegung war auch sehr super und der service vor allem ansonsten wie gesagt danke noch mal fürs zuschauen bei euch wir wünschen euch noch diesmal wir nicht ich wir wünschen euch noch einen schönen abend ja servus papa und